Ich habe da einen geileren Weg. Bei mir kannst du gerade was abfahren. Ja, ich habe hier auch noch. Ich fühle mich sicher. Oh, geil. Ist das hier schön. Oh, fuck, ey. Hier sind diese Augen. Aber in so einer Position, dass du die nicht abschießen kannst. Die haben mich gerade direkt weggestrahlert. Gestrahlert. Kein Käse mehr? Ein Skelett. Naja, das haben vorhin vier Stück mit mir gemacht. Warte, kann ich nicht? Boah, pass auf Ultrataktik des Todes. Deines Todes. Ich wollte eigentlich den Eimer schlagen und direkt wieder runter. Ich dachte, das geht irgendwie so, dass die mich nicht treffen. So eine langwierige Taktik, aber cool. Wie dein Leben direkt weggegangen ist. Das waren drei Stück. Vier Stück war das. Da standen zwei hintereinander. Boah, was? Wie krass ist das denn jetzt hier noch? Also mir hat die Oberfläche mehr gefallen. Ja. Die Skelette sind wieder auch stärker geworden, habe ich im Gefühl. Nein, so ein Skelett kann mich schon fast killen. Okay, der macht jetzt gar nichts. Was geht's los mit dem? Boah. Soll ich die mal hochlocken? Du wartest hier rum? Boah, ich würde die am liebsten noch mal mit einem Feuerball beschießen, aber ich weiß nicht wie. Dann müsstest du die hochlocken und dann irgendwie schnell nach rechts abhauen oder so. Aber dann folgen die dir. Eventuell sind dann alle oben. Ich habe keinen Plan, Mann. Jetzt hast du nur zwei. Aber egal, ich schieße einfach nicht. Ist egal, es sind zwei. Na gut, ich habe nur einen erwischt, ne? Mann, was? Wie viel halten die denn teilweise aus? Nur so ein bisschen. Das ist so ein bisschen viel, finde ich. Hast du noch tot gekriegt? Nein. Nein. Den solltest du jetzt gleich aber one-hitten. Sollte ich? Ja, den hier. Ach, na, wo? Der hat der da unten? Oh, geil. Ja, der hat hier noch ein bisschen viel, der hier unter uns. Der hat den Feuerball nicht geschluckt. Doch, der hat den geschluckt. Nee, dass der da hochgegangen ist. Ja, du hast recht anscheinend. Ich helfe mal mit. Bist du mich einfach widers... Du, da will er Held spielen und verreckt. One it. Ja, was heißt Held spielen? Du warst schon tot. Ich hätte niemanden mehr retten können. Du hättest meine Überreste vergewaltigen können. Nee, ich hätte dich beerdigt. Sag ich doch. Hä? Boah, ein Skelett dauert jetzt ja schon ewig. Alter. Meine Rüstung hat auch nur 53% und hat schon Ultras nachgelassen, ey. Alter, ich will da runter. Jetzt habe ich den Schlag abgefangen für dich. Dankeschön. Ich habe auch einen bekommen. Okay, zwei sind dann noch unten und dann ist da irgendwie noch Licht und... Da ganz... Wollt ihr ihn hochlocken? Ja, mach. Bleibt uns anderes übrig. Ich fahr jetzt aber erstmal bis die... Aber meine Feuerbälle gehen mir auch aus, ne? Ach schon. Boah, der war ja mal gut getimed. Ähm. Wow! Die haben mich geköpft. Aber dich auch. Der eine haut mir erst die beiden Beine ab, weil ich dann der andere haut mir die Hand ab. Ich kippt schon, warum man hier so für Level 9 lieber sein soll. 9 bis 10. Ach so, es hat wenigstens eine Herausforderung, ne? Herausforderung? Das ist keine Herausforderung mehr. Das ist Massensterben. Juhu. 11 EP geben die? Ja, die geben richtig wenig. Die davor haben wenigstens 4 gegeben. Was passiert, wenn der Licht anmacht? Hast du das gemacht? Ja, hab ich. Ist irgendwas entstanden? Ich gehe jetzt gerade nicht. Ach, bei K ist dann der Raum ja nicht mehr so dunkel. Ja, klar, aber meistens entsteht dann dazu ja noch irgendwas oder so. Ah, warte, ich hab mal eine Idee. Aber dafür steht dieser eine Skelettmann hier noch im Weg. Das war doch der Halbtot, oder? Einen habe ich gerade noch getötet. Das hast du mitbekommen. Oh, dann war das nicht der Halbtotter. Ja, aber du machst auch viel weniger Schaden auf die, oder? Ja, die sind viel besser und geben viel weniger Erfahrung. Das will ja wohl nicht daran liegen, dass ich wieder ein Level abbekommen habe. Das war sonst immer nur, weil du eins bekommen hast. Ja, aber wir sind ja jetzt Level gleich. Ich bin jetzt nicht Level 8. Und außerdem sollten wir uns ja mehr Erfahrung geben. Wir kommen ja mit niedrigeren Level hierhin. Was ist das hier? Was ist das für fuck? Kann ich mich verstecken? Kann ich mich da nicht verstecken, dass die ihn so nicht mehr sehen, oder so? Weiß ich nicht. Ich würde das interessieren. Ich bezweifelste, ehrlich gesagt. Ey, warte mal. Das war mir so klar, dass das für mich ankleidet. Boah, Alter. Ich brauche noch 2000 Erfahrungsmute. Mit, äh, die sehen dich. Oh, nein. Ja, geht aber lieber weg. Ja, hier kommt ein Auge. Das hat mich gerade auch voll weggefasert. Wo denn? Merkst du? Warte. Die gehen gut, Erfahrung. Und die halten nicht mal was aus. Ich seh die nicht. Ich kann die nicht anvisieren. Oh, geil. Doch, einen hab ich gekriegt. Warte kurz. Ich heil mich mal eben. Aber das geht. Die machen nicht so viel Schaden. Und es ist auch nicht irgendwas Permanentes, sodass man vergiftet ist. Ich kann die nicht anvisieren. Oh, da hab ich ihn. Wie kannst du die anvisieren? Da kam nicht die Zielmarkierung, aber der hat da hingeguckt. Ach, komm. Oh. Voll Angst gehabt in Wahrheit. Auch wenn das heldenhaft aussah. Traum mal. Seriously? Ich sterb. Komm. Ich will noch was erreichen in meinem kurzen... Jawohl. Da ist noch rote Essence für dich. Ah, hab's noch angekriegt. Oh, ich leb ja sogar noch. Alter, achte auf mein Leben. Warte mal. Ich hab doch noch Käse. Ein Glück gibt das so viel Leben. Was zur Hölle? Oh, ich möchte auch was zur Hölle sehen. Was zur Hölle? Was sieht er rechts voll so? Uh. Warte, warte. Ich will einmal kurz nach links gucken. War krasse Krypto. Und da gab es noch eine dritte, ne? Okay. Die dritte war ich ja. Die dritte ist nichts. Echt nicht? Ja, vielleicht... Au. Oh, mein Arsch. Ja, komm. Lasst uns halbtote mal kurz hier im Dialog mal wieder. Geil. Eine Leiter führt in den Raum. Es sieht leer aus. Würde er das schon sagen? Sieht leer aus? Keine Gegner? Nun, ihr seht keine Feinde. Genau, das ist das Problem. Wobei wir niemanden sehen, heißt das nicht, dass kein Gegner da ist. Ja, ist schlau. Ach. Oh. Hä? 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 Aber was ist denn da? Irgendwas Unsichtbares oder so. Ah, was? Ich kann es nicht mal treffen. Okay, das ist jetzt... Boah, warte. Dass das Spiel es nochmal schafft, was Neues einzubringen, was ich nicht check... Ah, fuck! ...de ich nicht check... ...finde ich geil. Wie viele sind denn davon da? Ich hab jetzt gedacht, wenn man das Licht komplett anmacht, dass man die dann sieht, weißt du? Und wollte es durchrennen einfach. Alter. Was denn? Du bist gerade instant gestorben, oder nicht? Naja, ich bin kurz mal nach unten gegangen. Ich wollte nochmal die Viererskelette hier unten unter dem Raum herausfordern. Wo bist du jetzt eigentlich? Wanns ja? Also, wir spawnen gerade mal. Wo bist du? Es gibt hier noch so viele Wege, deshalb. Ich möchte ja alles erkunden. Hi. Warte, dann helfe ich dir. Boah, wie du abgehst! Alter! Schnetzeln! Gleicher Plan, ey. Bester Plan gegen die Viecher. Boah, du willst rauch. Lass ihn hier unten empfangen, oder? Ja. Ich kassier natürlich wieder ordentlich. Ja, einen Shark hast du kassiert. Einen noch. Wolltest du den auch noch holen? Ja, klar. Vielleicht gibt's irgendwas. Außerdem gibt's Erfahrung. Und so weit ist man dafür gar nicht erfahren. Warte oben schon, komm. Wir holen ihn hier oben. Warte, ich mach Feuerball. Okay. Fuck. Renn, 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 renn. Wir warten hier unten auf ihn wieder. Oh, ich erwischt ihn gar nicht. Okay, haben ihn. Also siehst du, zehn Münzen. Wenn es das nicht gelohnt hat. Also das mit den Unsichtbaren hab ich noch nicht ganz verstanden, wie man die treffen soll. Ich ehrlich gesagt auch nicht. Nicht nur wie man sie nicht... Wobei, äh, ist links weiter, oder? Au! Au! Schade. Ich dachte nur mit Magie. Ich versuch mal ganz schnell zu den Fuckern zu retten. Das hab ich auch versucht. Bei mir war da noch einer. Der hat mich dann getötet. Ich glaub, die stehen grad bei mir. Bin mir aber nicht sicher. Hä? Ah, hier ist er. Da sind sie. Ich versteh's nicht. Ich auch gar nicht. Was soll der Scheiß? Warte kurz, ich geh mir hier... Au! Was machst du? Die Wände checken. Au! Au! Die können einen auch in der Luft treffen. Da scheinen irgendwelche fliegenden Viecher zu sein. Oder Bogenschützen oder sowas. Keine Ahnung. Also die treffen einen auch ohne Probleme im Sprung. Wenn du schon oben bist. Ich hab unten mal Licht angemacht. Wo bist du jetzt grad? Einfach runtergerannt vom Spawnraum? Ja. Mal so ein Vier-Skelette. Die töten mich jedes Mal. Aber einer davon ist ein bisschen verletzt. Hier bist du? Ja. Gewesen. Bin jetzt gleich wieder da. Der Weg ist einfach tschilliger. Und ich will erstmal checken, wie ich die unsichtbaren Tod krieg. Vielleicht gibt's Hinweise. Vielleicht gibt's Hinweise. Hier. Ach, hier. Die würde ich eigentlich gerne töten. Du tust. So zwei Feuerbälle, wenn alle Skelette versammelt werden. Ja, aber die Maja-Skelette gehen ja nicht mit hin. Ja, die sind halt das Prop, so. Okay, sie treffen. Hey, du brennst. Oh, fuck. Nicht nur ich. Jetzt hat das keinen Sinn mehr. Kommt her. Kommt her. Aber es sind schon mal alle unten. Jetzt muss ich nur noch einmal auch runter und dann alle einen erwischen. Das ist mein Plan. Dann kriegen wir ordentlich Erfahrung. Ich übernehme gerade den Ein-Feuer-Mario hier. Fuck. Vorsicht, der kommt. Ah, Mist. Ich sterb dadurch direkt. Durch einen Feuerball? Du hast doch so viel AP. Ja, aber da brennt mich ja nieder irgendwann. Wie wenig Schaden mache ich denn auf die 46? Seriously? Geht da eine Waffe vielleicht gerade kaputt? Ja, 0%. Oh. Wie repariere ich die denn? In der Stadt. Ja, da kann ich jetzt ja nicht hin. Dann nimm eine andere. Ich habe nur den Einsteigkopf. Meine Ringe sind auch übrigens alle kaputt. Meine Rüstung ist kaputt. What the fuck? Warum haben die alles zerstört? Boah, wie zähl ich noch dieser scheiß Magier ist, Alter. Und dann hält er auch noch so viel aus. Lebt der immer noch? Ja, der eine. Der macht hier einen auf Gandalf, Alter, ey. Komm runter. Kannst runter. Da hat er mich gerade erwischt. Ja, ja. Du musst dich hier ducken, damit er dich dann nicht mehr erwischen kann. Wenn ich nach vorne gehe, dann zielt er nämlich auf mich. Warte. Wenn ich jetzt nach vorne gehe, dann trifft er jetzt mit dem nächsten Schuss. Hier, dieser Schuss würde dich jetzt treffen, wenn du hier stehst. Wenn du aber sitzt, dann trifft er dich nicht. Hier, der würde dich jetzt auch treffen, dieser Feuerball. Immer wenn ich nach vorne gehe halt. Wie oft hast du das schon dazu gemacht? Doch, der hat schon locker 200, 300 Schaden drin. Mehr schon. Ja, aber den da oben, den habe ich ja auch die ganze Zeit von hinten geschlagen. Ich habe permanent irgendwie 80 zumindest gemacht. Boah, Alter. So, warte, ein Feuerballer. Och, geht doch. Endlich. Jetzt können wir hier oben immerhin stehen, ohne dass uns einer mit Feuerballen beschießt. Da rechts kommt noch keine Leiter oder so, wo der Stand. Ja, oder hier links. Hier links scheint es auch so auszusehen, als wäre da oben noch was. Keine Ahnung. Soll ich immer in die Waffe ausgucken, wenn du dir noch Schaden macht. Aber meine anderen Waffen machen halt keinen Schaden mehr. Das ist richtig behindert. Ich muss mal gucken, wie es überhaupt bei mir aussieht. Bei mir ist alles kaputt. Alles. 49 hat mein Ding noch. Bei mir geht es aber auch alles. So langsam dahin. So, warte. 88 Schaden macht mein Schwert nur noch. 40 Schaden macht dein Feuerball nur. Oh, sehr schön. Damit machst du ja noch ordentlich Schaden. Ja, das ist ja meine funktionstüchtige Achse noch. Immerhin zwei kaputt gekriegt. Und? Ne, zwei habe ich glaube ich mit dem Feuerball nicht erwischt. Schade. Was ist jetzt gerade so? Wie Bogen habe ich den gerade ausgerüstet? Den, ne? Hm. 97%. Oh, ich habe Level ab. Nein. Ah. Vor allem, man kann immer noch nicht geil runter, weil der einen die ganze Zeit mit Feuerbillen dann beschießt. Auf was verteilst du dein Level? Ab Level 8 kann ich endlich mal einen Feueratem machen. Da habe ich schon richtig Bock drauf. So einen geilen Feueratem. Kannst du da Nein sagen? Ich bin gerade dabei, bei Mima hier was zu machen. Ich sehe gerade, wie du da deine Schrift drunter... Achso, die gerade verprügelt? Äh, Moment kurz. Verändern. Ha! Jetzt ist eine Leiter entstanden. Wieso? Na, warte doch mal kurz. Lauf doch nicht einfach vor. Schaff mir mal. Schaff mir mal. Schaff mir mal, guck. Hier ist aber nichts. Cooles zu. Ich muss jetzt die Fähigkeiten natürlich auch noch auf Plätze legen. Wow. Das ist aber nicht cool. Wie viele sind denn da? Aber das gibt gute Erfahrungen. Wie er einfach nichts macht. Ich bin gerade noch meine Zaubersprüche am Verteilen, habe ich doch gesagt. Gleich hast du das nächste Level, weil die ganzen Augen sind. Ah, noch eine Leiter entstanden. Die Augen sind aber vergleichsweise zu den Skeletten richtig schlecht irgendwie. Weil sie einfach nur einen Schuss aushalten und kaum Schaden machen. Gibt es irgendwelche Reparatur-Kids oder so, die man sich kaufen kann? Siehst du das? Was hast du da gerade gemacht? Warum kann ich es jetzt nicht nochmal machen? Da steht doch noch, dass ich es hier mal machen kann. Vielleicht hast du es raus. Ich habe gerade Amuels in grüne Staub verwandelt. Echt? Grüne Essenzen. Was? Habe ich als Zauberspruch? Oh Gott. Okay. Links geht es weiter. Hier geht es einfach runter. Hier geht es auch runter. Boah, hier passiert gerade die ganze Zeit nichts. Das ist irgendwie noch unheimlicher. Ich glaube, du hast Freunde gefunden. Komm, komm, bitte. Warte. Wir hoffen, ich bin der Spawn-Points. Weil für das Teil brauchen wir Spawn. WTF? Was hat das für einen Sinn? Alter, guck dir das an. Ich meine, wo soll das denn jetzt abküssen, bitte? Warte kurz. Nein, du musst es dir jetzt einfach angucken. Ja, ich will jetzt noch kurz gucken, ob hier vielleicht noch irgendwo was ist. Und das Witzige ist... Ach! Oh, bitte, wir müssen noch mehr sein. Oh, bitte, such mal mit mir. Ja, da wo die Fackeln dranhängen können, kann sowieso gar nicht so ein Raum sein. Warte noch, ich muss das mitkriegen, wie du. Äh... Hi. Au! Hast du den Schaden gekriegt? 100! Aua! Ich auch. Fast totgeregt gewesen. Ey, hier muss doch noch irgendwo einer sein. Das ist eine Multiplayer-Map, Mann. Was ist die Multiplayer-Map, Mann? Ja, ist doch so. Ich wäre doch jetzt mega behindert, wenn ich hier keinen... Ach, ich habe keinen kleinen Emerald mehr. Okay, ich brauche jetzt... Gelbe ist Hansen, brauche ich auch noch, und kleine Emeralds. Lass die beiden dann bitte auch immer mehr, okay? Guck mal unter dir, ob rechts da irgendwo ein Geheimgang ist. Habe ich gerade schon. Warte, ich kann ja jetzt... Ach, ich kann hier nicht springen gerade. Fuck, hier ist sonst keiner. Da hinten ging ja auch noch eine Leiter runter, vielleicht ist das so parallel irgendwie. Ja, warte, ich komme mal rüber. Ja, klar. Da scheint zumindest Feinde zu sein. Ja! Wo warst du denn jetzt? Einfach links, oder wie? Ja, links dann, da habe ich verbräuchert. Och, Mann, ey, ich will auch einen Spawnpoint im Zweiten. Wir fliegen Feuerbälle auf mich zu. Ja, eben, da sind wir ja diese Magiertypen. Die sind nicht mal gut. Im Nahkampf habe ich gerade gar keinen Schaden bekommen gegen die... Nee, das...